hallo und herzlich willkommen bei einer neuen folge von monster davor ultimate let's play ja ich stehe jetzt vor meiner letzten habe ich mal angequest kann sein dass im multiplayer part irgendwo noch eine kommt aber ich habe schon das keine gesehen eigentlich mal gegessen habe ich schon und zwar fischer und ja eigentlich muss ich silber fischchen nachts moment natürlich nichts dabei da kommt ein bisschen von anderen zeugs weg was ich nicht unbedingt brauche instant potions dust of life müllbeeren glaube ich jetzt auch nicht würmer habe ich dabei vielleicht helfen dir mal sehen gut ich denke mal das war's dann gehe ich mal los auf die pürscht wie sagt man auf die keine ahnung was man fischen nennt oh und im geheimen gebiet gestartet habe ich auch explorer gegessen mal sehen nein also glück gehabt was steht hier denn auch auf diese hocken bleiben und sammeln doofe kuh sehr schön was haben wir hier feines müll müll ist einmal müll auch die käfer naja nix tolles eine katze haben wir schon sogar mehrfach silber fischchen ich weiß gar nicht wo es die gibt ich schaue mal kurz auf meinem smartphone nach wenn ich hier am feuer stehe ja ja wir sind in chemisule lexing so da habe ich mich einige apps für für solche sachen items oder fisch rest location ok dunes knight diving area 4 oder area 9 ok es broschen noch diese blöde karte diese blöde karte 4 oder 9 10 ich finde ich könnte mich hier auskennen wobei ich habe schon noch eine chance dabei oder nope warum 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 nicht ich könnte mich in einer anderen app gucken ich weiß doch genauer wieder sind die da genauer da 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 oh lasst area githering motiver fisch okay überall vorgebiet 9 25% chance die rasten aus das heißt das monster ist in der nähe im angrenzenden gebiet ich glaube im gebiet 9 bin ich von seffertrum wo bin ich denn hier gelandet das ist gebiet 9 das ist gebiet 6 5 ich weiß gar nicht ne ich geh erstmal die karte holen damit ich weiß wo ich bin lalalala die sind schon wieder so fruchtfliegen naja der winter doch nur länger und härter gewesen so gebiet 9 ok da also ich muss gucken ob ich auch richtig das erinnerung habe gerade dune's night iron 9 25 chance ok ist die subquest ich mache hier noch kurz lala was ich mich da erwischt hat das magisch das magisch dann mal hier kurz aber und schade jetzt geh noch so drauf schlagen das schreit leider nicht glaube ich zumindest aber ich habe schon so schöne high grade immer stöpsel ich werde versuchen durch zu hake und ich hoffe es ich hoffe es yes ach ich hasse das blöde rumgezappel und jetzt geht das jetzt rumgetaucht an oh nein facebook mal sehen gleich was das ist nein ah diese hipchecks das ist schon wie ein plesias komm bitte nicht lasst mich doch oh fay was that und oh ah diese hipchecks und dann hast du schnell garstiges garstiges nein einfach nur schlecht weg 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 diesmal nicht du unfairer unheult oh und nochmal geritten nice versuche es durchzuhacken oh tipp mal es werde ich schaffen da gehe ich mal nicht auf den kopf hat eh keinen sinn bei dem oder ah ah oh schade ist hier kommt das noch Blöde Krabbe! Oste. Wo ist das hin? Ich weiß es nicht. Ich habe es auch nicht gepaintet. Ich habe gedacht, Puh, Highbank, das entkommt doch nicht. Aber nun ist es doch weg. Da sieht man mal. Wo ist das, wenn man nachlässig ist? Ich gehe mal ins Gebiet reingucken. Ich denke mal, da würde er hin sein. Oder? Ich weiß es nicht. Da, da, da. Da. Da stehtet und schläft. Da drauf springen. Oh, es wurde geweckt, ey. Was soll das denn? So. Hm, ich karbe es mal. Und dann gehe ich fischen. Artcore-Fischen. Kann ich mir jetzt fürs Fischen länger brauchen, als gerade für diesen Cepha-Truh. Mal sehen. Im Moment habe ich schon den Skill gegessen, aber so könnte es eventuell doch flott gehen. Mal sehen. Ja, dann gebe ich eine 25-prozentige Chance. Okay. Silber-Fische. Beißt on. Jetzt ein bisschen Ruhe. Hey. Ich glaube, ich muss sie tatsächlich töten. Ich muss sie am Herzen weh. Not really. Aber wenn ich mich hier beim Angestören, dann war ich kurz ein Prozess. Ja, da sieht man schon den Effekt des Fischen-Skills. Die beißen einfach sofort an. Obwohl es also nicht wirklich Time, also zu warten hat, dass sie anbeißen. Das macht zack, zack. Man kann versuchen sie. Oh, ich muss wackeln. Oh, ein Silberfisch. Jetzt gibt es hier auch die uralten Fische. Mein Porsche noch für meinen Insektenstab. Ja, ich hoffe, und den habe ich nicht wissen genug. Was ist es? Ein Skatterfisch. Na ja. Das sind auf jeden Fall zwei Silberfischer. Sie müssten nur anbeißen. Die Arten scheinen immer schneller zu sein. So ein kleiner Goldenfisch. Das hat sogar geklappt. Ich habe einfach mal gedrückt. Wie zu früh eigentlich. Hm, was tausche ich das denn? Eine Map. Ich würde eh nach Hause teleportieren. Silberfische da. Die wollen einfach nicht anbeißen. Huch, was sind das für ein Monster? Wackel, 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 wackel und weiß. Nr. 2. Upsala. Oh oh. Stunt. Übrigens Porsche eigentlich gar nicht. Huch. Du Rüppel, was soll das? Hör mal das viele von hinten an. Ist da noch einer? Ne, gut. Garstiges. Etwas. Wahnsinn. Ich denke mal, der Dicke wird es zuerst schaffen, zuerst anzubeißen. Und wackel, 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 wackel. Und yes. Ein Gastronome-Tuber. Ich glaube, die kann ich auch einfach in der Farm machen. Mache ich so. Oh, wenn Schlück aufkommt, ist der Silberfisch zuerst dran. Der obere. Oh, ne, der unter. Das ist sogar noch schneller. Ich würde gesagt, dass der so schnell dreht. Uh. Wackel, 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 wackel. Wir sind ja eigentlich gut. Sind das Konto-Items? Ich muss jetzt mal einfach schauen. Jo. Konto-Items. Ich glaube, diese Thunfische kann man essen. Die Gastronome-Tuna. Genau. Dann kriege ich mir nirgends ein Item. Oh, ist so ein Schrank. Ah, toll. Ah, diese anderen Fische da. Voll nervig. Das Skatterfisch. Oh, was ist das für ein Lila-Fisch? Habe ich schon einen? Ah. Wow. Ich weiß nicht, ob ich so einen schon habe jetzt. Ich probiere mal, ihn zu fangen. Ein Golden-Fisch. Und hepp. Los, Lila-Fisch. Dreh dich und beiß an. Oh Gott, nee. Das wird schon nichts. Für Golden ist der Erster. Wackel, 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 wackel. Gut. Jetzt aber. Lila-Fisch. Beiß an. Oh Gott, nein. Jetzt dreht sich in die vollkommen falsche Richtung. Vielleicht beißt einer dieser komischen Annahmen. Ich weiß gar nicht. Skatterfisch? Ups. Ja. Mal sehen. Ich denke mal, Skatterfisch. Jo. Ich will unbedingt diesen Lila-Fisch haben. Ich glaube, das ist ein uralter Fisch. Ah, schon wieder zu langsam. Und ein Silberfisch. Schon. Nee. Oder? Nee. Oh, doch könnte. Oh, das könnte klappen. Ist das? Nee. Bombauwander. Okay, dann habe ich den auch schon gehabt. Und er hat zurück ins Lager. Aber das ist alles, was ich brauche. Psch. Ja. Welch gassige Perspektive. So, hier. Hier. Oh, ich muss noch die Fackel holen. Nachts kommt das besonders schön. Ja, was kann ich noch mit holen? Oh, jetzt habe ich keinen Platz mehr. Nein. Shit. Ich habe sogar mit der Fackel noch rumgemacht da. Irgendwas. Man kann ja, wenn man ihn in der Hand hält, Emotes damit machen. Sieht aus wie so ein roter Schildkrötenpanzel oben. Dieser Ballon. Nö, brauche ich nicht wirklich. Yeah. Man sieht, wahrscheinlich kann ich jetzt schon wieder bessere Sachen angeln. Hoffe ich doch mal. Also mit dieser Fangmaschine von den Katzen. Der ist zumindest sehr schön. Würde mich freuen. Hm. Hm. Ich gehe mal gucken. Okay, war richtig. Ja, Snug, 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 Isle. Isle, Isle? Isle? Nee, wenn wir nicht mehr reden. Ja, Narren. Egal, fange ich mal einen grünen Pleasert. Beziehungsweise, ich versuche es mal. Ähm. Ähm. Ja, Star Fisheryman. Experience Boost. 1 zum Haul, 4 zum Fischer. Oh, die Wildcard. Genau. Genau. Uh, was? Wie bärmisch ist das denn? So flott der Junge. Oh, die Wildcard. Und wir sehen. ein bisschen mehr beat and cast du bist mir aus da weil ich konnte man da ist hier ist ein fischer noch ein handsome holen so herr bitte ja und los geht's viele skills alles alle übereinander sein ja wo alle erwischt sehr schön mal sehen was es da feines gab auch solche scraps genau da sieht man sich schon sogar hier high rank ah so schön okay so für heute reichen mit dem angel ich konnte zwar noch einmal okay ich mache noch einmal beat and cast let's go 4 skills schwache leistung und alle erwischt sehr schön gucken wer da rum spammt hoch mein chat aus tatsächlich weiß nicht wie das geschehen konnte manches merkwürdige ich dachte ich bin jetzt allein die ganze zeit anscheinend waren die echt die ganze zeit am schreiben schon naja gut ich beende die folge mal hier wirklich fürs zuschauen bis zum nächsten mal nicht bei 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 bei